Und schon wieder zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir sind unter Haven irgendwo und unsere einzige Quest ist Schöpfe neue Hoffnung. Und das ist irgendwie so die Quest, die jeden Tag, wenn ich aufwache, ploppt die in meinem Sichtfeld auf. Da steht dann auch immer Schöpfe neue Hoffnung. Und das tue ich dann auch. Und ich kann mich nicht schnell bewegen. Und die ganze Zeit leuchtet die Hand. Was hat das jetzt zu bedeuten? Jetzt kann ich mich schnell bewegen. Okay. Ja, Tunnel. Moment, waren die... Oh. Bin ich jetzt? Oh, wir sind verletzt deswegen. Alec ist verletzt, deswegen kann er sich nicht so schnell bewegen. Was auch nicht verwunderlich ist nach dem Sturz. Ich sehe ein Licht. Oh mein Gott. Was? Ernsthaft? Wirklich? Mal des Risses. Du hast Mal des Risses erhalten. Eine Fähigkeit, die Fokus erfordert. Mal des Risses verursacht gewaltigen Schaden und kann einige Gegner sogar augenblicklich vernichten. Mal des Risses ist eine Fähigkeit, die Fokus erfordert. Fokus ist eine Ressource. Okay, okay, okay. Was ist denn? Wie kann ich denn... Das hat nicht funktioniert. Was war das denn? Seit wann kommt mir das denn? Hängt das jetzt damit zusammen, dass Koryphelius versucht hat, uns diese Fähigkeit oder beziehungsweise dieses... Dieses Mal, das wir da haben, zu entfernen. Und deswegen ist es vielleicht aktiver geworden und wir können es jetzt selber einsetzen. Es wirkt auf jeden Fall durchaus mächtig. Was ist das da hinten? Oh, da unten brennt ein Wagen. Wir haben es aus Haven rausgeschafft. Mehr oder weniger. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie die anderen finden. Die hier in dieser Eiswüste. Wir haben halt nicht den Kanzler Roderick bei uns, der uns sagen könnte, wo wir lang müssen. Nur die Minimap da unten. Aber auf die würde ich mich gerade nicht verlassen. Es gibt doch bestimmt hier noch Dinge, die wir erkunden können. Okay, hier ist eine Mauer. Das ist voll gespenstisch. Diese ganze Atmosphäre hier. Und irgendwo sind Wölfe unterwegs, das war klar. Okay, pass auf, lass uns den richtigen Weg nehmen. Ich glaube, in dieser Situation ist es das Beste, was wir machen können. Ich glaube auch nicht, dass hier hinten noch viel versteckt ist, aber mal kurz nachgucken, hat ja nicht geschadet. Wie kalt muss das sein, wenn man da die Rüstung trägt? Und die Rüstung selber, das Metall, im Prinzip schon gefroren ist. Der Helm schon gefroren ist. Da hinten sehe ich was. Da hinten sehe ich ein Licht am Horizont. Und ich denke, ich sollte einfach in Richtung des Lichtes gehen. Wie lange hält man das aber auch nicht mehr durch. Guck mal, wie tief wir hier schon in den Schnee einsinken. Der ganze Körper ist ja mittlerweile unterkühlt. Wenn man nicht langsam mal die anderen finden oder irgendwie einen Weg aus dieser Schneehölle hier raus, sehe ich schwarz. Es wird kalt. Nichts. Es ist kalt. Dieser Wolf klang aber ziemlich nah. Der klang so, als würde er hier hinten irgendwo rumsträumern. Ich glaube, wir sind aus dem Schlimmsten raus. Der Schneesturm wütet da unten im Tal. Und hier haben wir zumindest Spuren, dass hier offensichtlich Lager gewesen sind. Es ist noch warm. Guck mal, wie tief der Schnee mittlerweile ist. Wie wir da durchstapfen müssen. Nur ein bisschen neue Hoffnung. Ich wäre schon dankbar für ein bisschen, weil jetzt ist irgendwie... Jetzt im Augenblick alles kaputt. Da unten ist ein Lager, oder? Das ist ein Lager. Haben wir sie eingeholt? Da, das ist er! Dem Abbauer sei Dank. Oh Gott sei Dank, wir haben sie eingeholt. Puh. Was soll ich Ihnen denn eurer Meinung nach sagen? Das hier ist nicht das, warum wir sie gebeten hatten. Wir können nicht einfach darüber hinweg gehen. Wir müssen eine Möglichkeit finden. Und wer bitteschön hat euch das Kommando übertragen? Wenn wir keine Einigkeit erzielen, haben wir gar nichts. Ohne die Strukturen der Inquisition sind wir aufgeschmissen. Ja, aber sie entstehen nun mal nicht von allein. Das hat sie auch nicht behauptet. Es reicht. Das alles führt doch zu nichts. Nun, zumindest darin sind wir uns einig. Ihr müsst euch ausruhen. Es geht jetzt schon seit Stunden so. Dank euch können sie sich diesen Luxus leisten. Der Feind konnte uns nicht folgen. Und wenn wir Zeit für Zweifel haben, suchen wir nach Schuldigen. Solche Streitigkeiten können uns ebenso gefährlich werden wie Korifejus. Wissen wir, wo Korifejus und seine Truppen sind? Wir sind uns nicht einmal sicher, wo wir sind. Vermutlich ist das auch der Grund, warum er uns trotz seiner verbliebenen Truppen noch nicht gefunden hat. Entweder das, oder er hält euch für tot. Oder er denkt, ohne Häfen wären wir verloren. Oder er rüstet sich für einen weiteren Angriff. Ich weiß nicht, was diese Kreatur denkt. Ich weiß nur, welche Auswirkungen sie auf uns hat. Wenn sie darüber streiten, was wir als nächstes tun sollen, bin ich dabei. Eine weitere erhobene Stimme wird ihnen nicht helfen. Auch nicht eure. Vielleicht sogar insbesondere nicht eure. Unsere Anführer tun sich schwer mit dem, was wir Überlebenden mit angesehen haben. Wir sahen unseren Beschützer standhalten und fallen. Dann sahen wir, wie er zu uns zurückkehrte. Je mehr uns der Feind überragt, desto wundersamer erscheinen eure Taten. Und desto vorherbestimmter die uns auferlegten Prüfungen. Es ist schwer zu akzeptieren, nicht wahr? Was zu ertragen, wir berufen sind. Was wir womöglich glauben müssen. Ich bin der Lawine entgangen. Mag sein, dass es knapp war, aber ich bin nicht gestorben. Natürlich nicht, denn die Toten können nicht von jenseits des Schleiers zurückkehren. Aber die Leute wissen, was sie gesehen haben. Oder was sie sehen mussten. Der Erbauer zeigt sich sowohl im Augenblick als auch darin, wie man sich an ihn erinnert. Können wir uns wirklich sicher sein, dass wir keinen himmlischen Beistand haben? Ich will ehrlich sein, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich meine, wir wissen, dass es Erzdämonen und so weiter und so fort gibt. Es ist ja nicht so, dass es wirklich vollkommen abstrus wäre, dass es mythische Kreaturen gibt. Aber gibt es den Erbauer? Ist das vielleicht wirklich alles von ihm oder ihr so geplant? Ihr habt Korypheus gesehen. Was denkt ihr über seine Behauptung, er habe den Himmel angegriffen? Die Schrift besagt, einige Magister Tevinters, Diener der falschen alten Götter, seien in die goldene Stadt den Sitz des Erbauers im Nichts eingedrungen. Für diesen Frevel wurden sie zur dunklen Brut. Ihre Anmaßung ist der Grund, warum wir unter Verderbnissen leiden und sich der Erbauer von uns abwandte. Wenn es das ist, was dieser Korypheus von sich behauptet, so ist er ein unbeschreibliches Monster. Jeder einzelne Sterbliche leidet unter seiner Sünde. Sollte nur ein Bruchteil davon wahr sein, ist es umso wahrscheinlicher, dass Andraste jemanden erwählen würde, der sich ihm entgegenstellt. Korypheus sagte, er habe dort nur Verderbtheit und Leere vorgefunden, nichts Goldenes. Wenn er diesen Ort betreten hat, wurde er von ihm innerlich und äußerlich verändert. Die Lebenden sind nicht für diese Reise bestimmt. Vielleicht gibt es Lügen, die er sich selbst erzählen muss, anstatt zu akzeptieren, dass der Erbauer ihn nun verachtet. Ich könnte dieses Wissen nicht ertragen. Ja, Glaube allein reicht leider nicht aus. Mutter Giselle, ich verstehe nicht, welche Rolle es spielt, was ich glaube. Ob er nun gelogen hat oder nicht, Korypheus ist eine reale Bedrohung. Hoffnung allein wird uns nicht vor ihm retten. Ich bin nicht vor ihm, was ich nicht vor ihm gelogen hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Armee braucht mehr als nur einen Feind. Sie braucht ein Ziel. Auf ein Wort. Eine weise Frau, deren Worten man Beachtung schenken sollte, ihresgleichen weiß um die Momente, die Einigkeit schaffen oder sie zerstören können. Die Kugel, die Korrefeus bei sich trug, die Macht, die er gegen euch eingesetzt hat, ist elfisch. Ich weiß nicht, wie er sie erlangte, aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist von meinem Volk und im Besitz eures Feindes. Im Moment weiß ich weder, wie Korrefeus überlebt hat, noch wie die Leute reagieren, wenn sie herausfinden, woher die Kugel stammt. Na schön. Was ist sie und woher wisst ihr davon? Sie waren Fokusse, die dazu dienten, uralte Magie zu kanalisieren. Ich hab derartige Dinge im Nichts gesehen. Alte Erinnerungen an noch ältere Magie. Korrefeus glaubt, sie stamme aus Tevinter, doch die Magie seines Reiches wurde durch mein Volk begründet. Ob wissentlich oder nicht, es stellt eine Gefahr für unser Bündnis dar. Die ganze Sache ist verwirrend. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die Elfen dafür verantwortlich machen wird. Die Geschichte würde euch dazu stimmen, aber wir können verhindern, dass es zu derartigen Schwierigkeiten kommt. Korrefeus hat die Inquisition durch seinen Angriff verändert. Er hat euch verändert. Kundschaftet den Norden aus. Führt sie. Es gibt einen Ort, der auf eine Streitmacht wartet. Ein Ort, an dem die Inquisition etwas aufbauen, an dem sie wachsen kann. Ein Ort, an dem die Inquisition etwas aufbauen. Die Himmelsfeste. Die Himmelsfeste für die Inquisition ist在 bilieren. Die Himmelsfeste für die Inquisition etwas aufbauen. Die Inquisition überhaupt hat Wir spielen und sind liebe Wirkung. Wir sehen uns, wie wir von Chiang difmee tun können. Täglich kommt mehr Landvolk aus den umliegenden Ansiedlungen hierher. Die Himmelsfeste wird zur Pilgerstätte. Wenn die Nachricht diese Leute erreicht hat, weiß auch der Älteste Bescheid. Wir haben die nötigen Mauern und Männer, um uns hier zu halten, aber diese Bedrohung ist weit größer als der Krieg, den wir erwartet hatten. Allerdings wissen wir jetzt, wie ihr Korypheus standhalten konntet und was ihn zu euch geführt hat. Er ist deshalb gekommen und jetzt nützt es ihm nichts mehr, also will er mich tot sehen. Ganz einfach. Der Anker hat Macht, aber er ist nicht der Grund, warum ihr noch hier seid. Eure Entscheidungen ermöglichten uns, den Himmel zu heilen. Dank eurer Entschlossenheit haben wir Haven überlebt. Ihr seid wegen dem, was ihr getan habt, der Rivale dieser Kreatur. und das wissen wir, wir alle. Die Inquisition braucht einen Anführer. Jemanden, der sie längst anführt. Euch. Sehen das alle so? Setzen alle so großes Vertrauen in mich? Alle diese Leute sind wegen euch noch am Leben. Sie werden euch folgen. Das war nicht die Frage. Ich sage es euch ganz ehrlich. Jemandem diese Macht zu gewähren, ist beunruhigend, aber ich muss glauben, dass es so vorherbestimmt ist. Ohne euch gäbe es keine Inquisition. Wie sie auftritt und wie sie führt, ist allein eure Entscheidung. Korrefeus wird mich nie in Frieden leben lassen. Das hat er deutlich gemacht. Er will ein Gott werden und über uns alle herrschen. Korrefeus muss aufgehalten werden. Wohin ihr uns auch führt. Wurden unsere Leute informiert? Ja, und bald wird es die ganze Welt wissen. Kommandant, werden sie uns folgen? Inquisition, folgt ihr uns? Werdet ihr kämpfen? Werden wir triumphieren? Euer Anführer! Euer Heerhold! Euer Inquisitor! Hier beginnt es also. Es begann auf dem Hof. Hier lassen wir dem Versprechen Taten folgen. Aber was sollen wir tun? Wir wissen nichts über diesen Korrefeus, abgesehen davon, dass er euer Mahl wollte. Korrefeus will Tevinter wiederherstellen. Ist das der Auftakt eines Krieges mit dem Reich? Ich habe das Gefühl, dass wir es hier eher mit Fanatikern zu tun haben als mit der Vorhut einer echten Invasion. Tevinter ist nicht das Reich, das es vor tausend Jahren war. Was Korrefeus wiederherstellen will, existiert längst nicht mehr. Dennoch bin ich mir sicher, dass niemand im Reich auch nur eine Träne vergießen würde, wenn der Süden ins Chaos stürzt. Korrefeus sagte, er wolle die schwarze Stadt betreten. Er sagte, das würde ihn zu einem Gott machen. Er ist bereit, diese Welt zu zerstören, um die nächste zu erreichen. Es spielt also keine Rolle, ob er sich irrt. Und wenn er sich nicht irrt? Was, wenn er irgendeinen anderen Weg ins Nichts findet? Dann erlangt er entweder die Macht, nach der er strebt, oder er stürzt uns alle ins Verderben. Könnte sein Drache tatsächlich ein Erzdämon sein? Was würde das bedeuten? Den Beginn einer neuen Verderbnis. Wir haben abgesehen von Korrefeus selbst keine andere dunkle Brut gesehen. Vielleicht ist er ja gar kein Erzdämon, sondern etwas anderes. Was auch immer er sein mag, er ist gefährlich. Die Kontrolle über eine derartige Kreatur verschafft Korrefeus einen gewaltigen Vorteil. Es muss da draußen doch jemanden geben, der irgendetwas über Korrefeus weiß. Ich fürchte, abgesehen von denjenigen, die ihn in der Schlacht gesehen haben, werden die meisten nicht einmal glauben, dass er überhaupt existiert. Einen Vorteil zumindest haben wir. Wir wissen, was Korrefeus als nächstes vorhat. Wie ihr in Theronfall herausgefunden habt, plant er, Kaiserin Selen zu ermorden. Stellt euch nur vor, welches Chaos ihr Tod verursachen würde. Mit seiner Armee. Eine Armee, die noch weiter anwachsen wird. Nicht umsonst hat der Dämon des Knights mit einer gewaltigen Dämonenstreitmacht geprahlt. Gott hin oder her. Korrefeus könnte den gesamten Süden von Thedas erobern. Ich würde mich deutlich besser fühlen, wenn wir mehr darüber wüssten, mit was wir es hier zu tun haben. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen kann. Die allgemeine Begeisterung hat auch meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen, also habe ich einem alten Freund eine Nachricht geschickt. Er hatte schon mal das Vergnügen mit Korrefeus und weiß vielleicht mehr über seine Pläne. Er kann uns sicher helfen. Neue Verbündete sind immer gut. Stellt uns einander vor. Das würde zu viel Tamtam machen. Ich denke, ein vertrauliches Treffen wäre besser. Auf den Wehr gingen. Glaubt mir, die Sache ist kompliziert. Also schön. Wir sind bereit, uns mit beiden Angelegenheiten zu befassen. Wir erwarten eure Befehle, Inquisitor. Ich weiß nur eines. Falls Varric gerufen hat, wen ich denke, den er gerufen hat, bringt Cassandra ihn um. Das soll die Inquisition sein? Eine staubige alte Ruine voller abgehalter Soldaten? Wenn ihr euren Mund halten und stattdessen die Augen aufmachen würdet, wäre euch klar, dass die Inquisition unsere einzige Hoffnung ist. Okay, das... Wow. Das war wow. Da hoffe ich, seid ihr nicht böse, dass ich jetzt mal meine Klappe gehalten habe. Weil man muss nicht jeden Moment durch unqualifiziertes Reingequatsche kaputt machen. Und das war ein lang anhaltender, unfassbar mitreißender Moment. Bei dem ich zugegeben, dass ein oder andere Mal auch ein bisschen emotional geworden bin. Ich gebe es zu. Was passiert denn da gerade rechts an der Seite? Geh zum Kartentisch. Da kommt ganz, ganz viel gerade. Noch sieht es hier relativ kaputt aus. Aber man kann was draus machen. Man kann was draus machen. Die Himmelsfeste. Und das ist jetzt die unsere. Hier ist jetzt die Inquisition. Ich suche nach Coal. Okay, guck mal, die Quests haben es endlich geschafft, fertig zu sein. Ja. Ich bin gerade noch ein bisschen sprachlos. Ein bisschen sprachlos bin ich wohl, aber das darf ich wohl auch sein. Puh. Wir haben es lebend raus geschafft aus Haven. Haben die Leute raus geschafft. Und jetzt sind wir der Inquisitor. Der Anführer der Inquisition. Und haben noch immer genügend Leute, um den Kampf nochmal aufzunehmen. Und anscheinend auch wirklich genügend Leute, die auch gewillt sind, den Kampf nochmal aufzunehmen. Wir müssten ja hier irgendwo auch noch die Templer rumstehen haben. Ich glaube, da unten stehen sie schon am Tor. Das müssten die Templer sein. Ja, wir haben eine ganze Burg zu erkunden jetzt. Das wird interessant werden. In Anbetracht der Tatsache, dass ich sehr stark vor mich hinkränkele. Lass ich... Ich lasse diesen Moment jetzt einfach mal so wirken. Wir... Wir bleiben einfach hier und gucken uns dann nächste Folge die ganze Burg in aller Ruhe an. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Und darum sage ich jetzt erstmal vielen Dank für's Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.